Kann ich mit 63 nach 18 Beitragsjahren Kohn in Rente gehen, wenn ich dafür den Abschlag von 13,8% akzeptiere? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, das Thema Altersrente ist sicherlich eines der spannendsten Themen im Bereich der gesetzlichen Rente. Viele Menschen fragen sich oder fragen oft auch bei uns an, wann sie in Rente gehen können, wann sie die Altersrente erstmals in Anspruch nehmen können. Oft ist der Rentenzugang aber nur zur Regelaltersgrenze möglich, weil schlicht und ergreifend die Mindestwartezeit 35 Jahre für einen vorzeitigen Rentenbeginn einfach noch nicht oder nicht gegeben ist. Meine Damen und Herren, Sie wissen laut den Statistiken, dass die Antragszahlen bei der Regelaltersrente die höchsten sind. Danach kommt die Altersrente für besonders langjährig Versicherte und dann die Altersrente für langjährig Versicherte. Meine Damen und Herren, oftmals erleben wir da erstaunliche Dinge. Ja, also wir kriegen dann die Rentenunterlagen und dann gucken wir da rein und sehen, Mensch, das sind ja nur 20 Jahre Wartezeit. Da fehlen ja noch 25 Jahre im Versicherungskonto. Wo ist die Zeit hin? Und da können wir öfters mal eingreifen und auch Dinge klären und den Leuten zumindest schon zu einer vorgezogenen Altersrente verhelfen. Aber wenn auch diese Lücken nicht zu schließen sind, na dann ist Schluss mit lustig. Und jetzt kam hier ein Anfragender auf die chlorreiche oder auf folgende chlorreiche Idee, fand ich jetzt so schlecht nicht, ja. Und zwar fragte uns hier jemand an. Ich bin am 5. März 1962 geboren und kann regulär im Dezember 2028 in die Regelaltersrente gehen. Sie wissen, Regelaltersrente ist die Altersrente, wo Sie eine Mindestwartezeit von 5 Jahren haben. Das ist die allgemeine Wartezeit. So steht es auch im Gesetz. Ich möchte aber schon mit 63 in Rente gehen. Wenn ich den Abschlag von 13,2% akzeptiere, müssten doch die 18 Beitragsjahre, die ich nachgewiesen habe, reichen. Ich will fast 4 Jahre früher in Rente gehen. Kann ich mit 63 in Rente gehen? Meine Damen und Herren, die Antwort ist relativ einfach. Nein, das können Sie leider nicht. Es tut mir leid. Sie können tatsächlich erst mit Vollendung oder mit Ihrem Lebensalter zur Regelaltersgrenze in Rente gehen. Also dann in die Regelaltersrente. Denn Sie selber schreiben ja, dass Sie 18 Beitragsjahre haben. Und Sie möchten da sozusagen als Austausch dafür, dass Sie 63 in Rente gehen, mit 63 in Rente gehen, der deutschen Rentenversicherung oder Ihrem Rentenversicherungsträger die 13,2% oder 13,8% Abschlag sozusagen als Gegenleistung anbieten. Nein, das funktioniert so nicht. Sollten Sie wirklich nur 18 Jahre Wartezeiten haben, Beitragszeiten, wie Sie schreiben, dann wird es nichts mit dem Rentenbeginn 63 des Lebensjahres. Aber die Rente mit 63 können Sie ja in der aktuellen Fassung der Gesetze des SGB VI nur noch für die Altersrente für langjährig Versicherte erreichen. Beispielsweise Ausnahme für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, da ist der Rentenzugang sogar noch vorher möglich. Aber Sie brauchen bei beiden Altersrenten 35 Jahre Wartezeit. Das wissen Sie auch. Ich habe zum Thema 35 Jahre Wartezeit viel geschrieben. Ich werde da nochmal einen Textbeitrag in dieses Video mit rein verlinken. Können Sie da nochmal nachlesen, was Sie alles für Zeiten bei den 35 Jahren Wartezeit brauchen. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Da gehen alle Rentenzeiten rein. Aber das ist eine andere Sache. Lesen Sie es einfach mal nach. Die 35 Jahre Wartezeit ist eine ganz knallharte versicherungsrechtliche Voraussetzung. Also ohne dem geht gar nichts. Sie werden selbst bei den 35 Jahren Wartezeit, wenn Sie dann in Rente gehen, 13,8% Abschlag erhalten. Das ist dann die knallharte Bedingung, die das Gesetz hier macht. Also im Grunde genommen können Sie mit 63, mit 35 Jahren Wartezeit in Rente gehen. Und müssen dafür dann den Abschlag in Kauf nehmen. Alleine nur deshalb die Rente zu bekommen, weil der Versicherte den Abschlag akzeptiert, reicht als Anspruchsvoraussetzung nicht aus. Ist eine schöne Idee, kann ich auch gut nachvollziehen, aber geht leider nicht. Das heißt also, Sie werden, wenn Sie nicht eine ordnungsgemäße Kontenklärung machen und sich daraus die Lücken, die in Ihrem Versicherungsverlauf da sind, nicht schließen lassen, in den sauren Apfel beißen müssen und mit 67 oder mit 66,8 in die Regelaltersrente gehen. Tut mir leid. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.